Hallo meine Lieben, es ist Zeit für die Wochenbotschaft, für die kollektive Wochenbotschaft. Wir schauen mal rein in die kommende Woche und gucken mal, was da so los ist. Als allererstes starten wir mit einer Orakelkarte. Es sind sogar zwei geworden. Wir haben zum einen die Sehnsucht. Was vermisst du im Moment? Sehnsucht kann positiv genutzt werden, um deine Wünsche und Ziele zu manifestieren und motiviert, den erforderlichen Weg zu gehen. Und dann haben wir auch noch den Krebs Neumond, also diese Energie. Zeit der Erneuerung, des Wandels und der emotionalen Heilung. Verbinde dich mit der göttlichen Energie und emotionale Wunden können heilen. Neue Verbundenheit und klare Gefühle warten auf dich. Höre auf deine innere Stimme und erlaube, dich mit deinen Emotionen zu verbinden. Uh, da bin ich jetzt mal gespannt, was so die einzelnen Tage der neuen Woche mit sich bringen. Wir starten wie immer mit einer Grundenergie, mit meinen Lennys. Und dann lösen wir auf mit dem Seelenreisetarot alle Infos zu den Kartendecks. Wie immer in der Infobox einfach auf den Titel klicken, dann klappt die sich auf. Dort findest du auch den Link zu meinem Shop, zu deiner eigenen privaten Legung und so weiter und so fort. Also am Montag haben wir schon mal die Zeit. Am Dienstag das Thema Wunschbrunnen, Wunscherfüllung. Und unabhängig davon kann es sein, dass vielleicht nur eine Tagesenergie für dich jetzt in der kommenden Woche relevant ist. Für einen kleinen Teil passt wirklich die ganze Woche auch. Da könnt ihr mir gerne am Ende der Woche mal ein Feedback da lassen. Und wie der andere finden sich jetzt gerade nicht in dieser Wochenenergie. Das ist so bei kollektiven Legungen. Ja, denkt da immer dran, ihr Lieben. Nur mitnehmen, was sich für euch richtig und wichtig anfühlt. Und den Rest bitte bei mir auf den Tisch lassen. Okay, am Mittwoch haben wir hier schöne Momente. Könnte auch für eine Verabredung stehen. Ganz gleich mit wem. Die werden Blumen überreicht. Vielleicht auch als Dankeschön, weil du etwas, weil du unterstützt hast. Vielleicht gibt es auch ein Dankeschön von der Arbeit. Auch das könnte eine Rolle spielen. Am Donnerstag haben wir hier das Umfeld, Freundeskreis, ja, Kommunikation. Am Freitag nagt hier etwas und blockiert. Allerdings, die Mäuse können auch manchmal unterstützend sein. Ja, gerade wenn sie an den richtigen Seilen nagen, um dich vor etwas zu schützen. Am Samstag liegst du hier. Da geht es ganz um dich. Vielleicht gibt es da ein bisschen Selfcare. Ja, gucken wir dann gleich mal, was das Terro sagt. Und am Sonntag sind zwei rausgefallen. Und zwar liegt dein Bäumchen, ja, dein Wachstum, deine Stabilität hier gerade auf der Lupe. Mein erster Impuls ist, dass das Baum, dass das Baum, ja, guten Morgen, Cheyenne, dass der Baum gefühlt jetzt hier eine Lupe, eine Sichtweise, vielleicht auch ein Fokus zerstört. Weil so eine Lupe gerade auch bei viel Sonnenschein zerstörerisch für deine Wurzeln sein kann. Weil so eine Lupe ja schon etwas ist, was das Sonnenlicht, wie heißt das, zentriert, konzentriert bündelt. Genau, das Sonnenlicht bündelt und dementsprechend natürlich auch ein Feuer entfachen kann. Was hier an deiner Basis eben oder an deinem Stamm, an deiner Krone für Schaden sorgen kann. Diese Lupe ist ja normalerweise da, um Dinge genauer zu betrachten. Vielleicht sollst du jetzt aber etwas nicht mehr genauer betrachten, weil du dich sonst selbst schaden könntest. Deswegen ist diese Betrachtungsweise, dieser kleine Fützel, das kann auch ein kleiner Gedanke sein, der dich erreicht hat, der dabei ist, etwas zu zerstören. Jetzt auf jeden Fall von dir, von deiner Stabilität, von deiner Standhaftigkeit zerstört werden möchte. Nun gut, dann gucken wir mal in die einzelnen Tage ein bisschen genauer mit dem Tarot. Liebes Universum, was bekommen wir hier zur Zeit? Oh, zwei Vierer. Bei den Vierern geht es ja immer um Grundlagen, um Vollständigkeit, darum Fortschritte zu machen, darum Kraft und Stabilität zu erhalten, beziehungsweise wiederherzustellen. Und so ist es auch hier. Zum einen haben wir hier das Aus-die-Heraus-Kommen, zum anderen haben wir die Innenkehr. Zum einen heißt es hier mit den Viererstäben, Klarheit schaffen, deine eigene Identität einbringen. Die Viererstäbe stehen auch für Erfolg, die Zeit ist also reif für Erfolg. Die Zeit ist reif, auch einen Meilenstein zu feiern, beziehungsweise gesellig zu sein. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen hier auch am Montag eine Information zu einer Feier oder vielleicht tatsächlich per se eine Feier. Es ist Zeit hier für Wohlstand und es ist Zeit für neue Stabilität in deinem Haus, beziehungsweise auch in einer Beziehung. Wieder andersrum haben wir hier so ein bisschen die Innenkehr liegen mit den Viererstäben, wo es darum geht, dich zu besinnen. Auch das ist wichtig, dich auszuruhen, deine Gedanken zu ordnen, deine Selbstliebe auch zu erneuern, dir so eine kleine Verschnaufpause zu können und zu Kräften zu kommen. Das heißt aber nicht, dass sich das widersprechen muss, ganz im Gegenteil. Denn in dem Moment, wo du in die Geselligkeit zurückgehst, dich mit Menschen triffst, auf eine Feier gehst, in dem Moment kannst du auch energetischen Austausch stattfinden lassen und auch das sorgt für Entspannung. Ja, du kannst dich mal wieder frei machen. Und gerade wenn du auf so einer Feier bist, die Musik ist laut, was ist das Beste, was dabei passiert? Du kannst deine eigenen Gedanken mal nicht mehr hören. Ja, also die Zeit ist auf jeden Fall reif, hier wieder aus dir herauszukommen und zeitgleich dich damit auch wieder zu regenerieren, zu erholen. Ich weiß, ganz viele Menschen haben Probleme mit sozialen Kontakten, natürlich auch ein bisschen der vergangenen Jahre geschuldet. Man hat sich daran gewöhnt, ja, es ist natürlich ein bisschen leiser im Außen, aber dadurch ist es bei ganz, ganz vielen Menschen im Inneren lauter geworden. Und das kann auch mal für Probleme sorgen, ja. Und gerade wenn die inneren Stimmen immer lauter werden, sind es dann nicht immer nur positive innere Worte, die wir uns zusprechen, sondern es sind auch ganz, ganz viele negative Worte. Und auch daraus resultieren dann eben Ängste vor sozialen Aktivitäten, ja, rausgehen in die Menschenmassen. Oh, ich kann nicht, ich kann nicht auf den Markt gehen, es sind so viele Leute. Ich kann nicht dies, ich kann nicht das, ich kann nicht jenes. Und hier ist mit der Geselligkeit tatsächlich auch eine Verschnaufspause gemeint. Und dafür ist die Zeit jetzt einfach auch reif. Es kann ein Erkenntnisgewinn sein für den einen oder anderen am Montag, wie gesagt. Für den anderen Teil kann es auch bedeuten, dass entweder am Montag direkt oder im Laufe der Woche sich eben, ja, eine Feier herausstellt. Es kann auch sein, dass hier am Sonntag dann, wenn wirklich eine Feier ist, eben so dieser kleine Fokus auf dieses eine kleine Fitzel, dieses Konzentrat gelöst wird, ja. Mit wunderschönen Emotionen kann man ein Konzentrat ja auch wieder verdünnen, verflüssigen, vervielfältigen. Es ist wieder so typisch mein Berufszweig, weil wir auch Konzentrate herstellen. Und es ist ja nichts anderes als Emotionen, Wasser wird rausgenommen und dadurch ist etwas extrem konzentriert. Und das ist zum Beispiel bei so Cholerikern, wo so wirklich das Feuer so hoch konzentriert ist, aber nicht wirklich eine Emotion dahinter steckt. Weil wäre da nämlich Emotion mit bei, dann wäre da auch Mitgefühl, dann wäre da Sensibilität und man würde nicht so aufbrausen. Ja, aber in dem Moment lodert das Feuer so hoch, das ganze Wasser geht weg und es ist so eine explosive Stimmung, ja. Und so ein explosiver Moment kann auch eben durch einen kleinen, einzelnen, fitzeligen Gedanken entstehen, wie ich kann nicht in die Menschenmassen reingehen. Ich weiß selbst, wovon ich spreche, ich hatte damit auch jahrelang Probleme, konnte es dann aber relativ schnell wieder lösen. Und natürlich, wenn ich jetzt eine Woche habe, die sehr anstrengend war und ich nicht gut auf mich geachtet habe, beziehungsweise aufgrund von äußeren Umständen eben nicht den Schlaf bekommen habe, so wie jetzt ist es sehr warm. Warm und schlafen ist doch eher immer so kontraproduktiv. Ich brauche es eigentlich eher so kalt, so 12, 13, 14 Grad, das ist so meine Wohlfühlschlaftemperatur. Und dann hat man natürlich auch ein eher wankendes Standbein. Ist so, ja, ist normal. Das ist aber auch nur eine Momentaufnahme, das löst sich wieder. Bei vielen Menschen ist es aber Dauerzustand, dass sie so ein schwankendes Standbein haben und per se auch gar nicht mehr ihre eigene Identität. Und zwar dieser fröhliche, leichte Mensch, der sie vorher waren, rauslassen können. Weil eben dieser eine kleine Gedanke da ist, der immer wieder, ja, Löcher in die Wurzeln brennt oder Wurzeln verbrennt, sodass sie halt nicht feststehen können. So, genug gelabert, jetzt gehen wir in den Dienstag. Liebes Universum. D6, oh, da könnte hier Unterstützung in Sachen Wunscherfüllung für dich an Bord sein, weil wir haben nämlich ein Gegenüber. Ja, Wunscherfüllung. Wasser im Brunnen, Wasser aber auch hier bei den Sechster-Schwertern. Raus aus unruhigem Fahrwasser und rein und rauf rüber zu neuen Horizonten. Ja, reinen neuen Sonnenschein und die Sechster-Schwerter, das ist immer, ich sag auch gerne mal, geführte Neuausrichtung. Ja, nicht im Sinne von, du lässt dich jetzt führen von einer anderen Person, sondern du lässt dich vom Universum führen. Aber das Universum per se kann dich ja auch nicht gefühlt an die Hand nehmen und auch ein Mensch kann jetzt dich nicht wirklich an die Hand nehmen und dich führen, aber kann dir dennoch Personen senden, die dir mal so die Richtung anzeigen können, so nach dem Motto, da geht's lang. Und das kann hier wunderbar der Schwertkönig, weil er nämlich auch wunderbar mentale Blockaden, Blockaden wollte ich gerade sagen, Blockaden rausnehmen kann. Das kann ein Mann sein, das kann eine Frau sein, ein Gegenüber, eine Person in deinem Leben, das kann dein Partner sein, das kann deine beste Freundin sein, das kann auch deine Mama sein, deine Schwester, dein Bruder, dein Vater, ein Arbeitskollege, Kollegin, whatever. Irgendeine Person, mit der du es zu tun hast, gibt dir hier einen wegweisenden Ratschlag, weil Schwertkönige sind unglaublich einfühlsam. Sie sind sehr, sehr weise, sie sind sehr intelligent, sie sind wunderbare, autoritäre Personen. Sie haben immer so eine Mischung aus mentalem und spirituellem Bestreben. Das heißt gerade, was auch so persönliche Weiterentwicklung angeht, da haben die einen Riecher für. Die melden sich auch ganz, ganz oft genau dann, wenn du sie vermeidlich brauchst, auch wenn du es noch nicht wirklich weißt, aber sie haben da einfach einen Riecher für. Und gerade, weil du hier in der Neuausrichtung bist und vielleicht ein bisschen Angst hast, hier nicht aus deinem unruhigen Fahrwasser, aus deinen unruhigen mentalen Belastungen, mentales Fahrwasser herauszukommen, können die hier nochmal ein wunderbarer Anschubser sein, um dich hier in deine Wunscherfüllung hineinbringen zu können, um dich zu deinem Brunnen zu bewegen, weil dein Brunnen ist hier auf dem Festland. Ein Brunnen ist nicht auf dem Meer. Ja, und die sechste Schwerter ist einfach eine Veränderung. Du überwindest hier Widrigkeiten. Das ist auch eine sehr, sehr schnelle Energie. Ja, die sechste Schwerter sind von der Zeitqualität her sehr, sehr schnell. Und heißt aber auch Vergangenheit loslösen und kündigen dementsprechend auch einen Anfang an, der dir jetzt bevorsteht. Hier ist aber auch schon die Bitte um Hilfe für Lösungen drin. Ja, du brauchst für etwas Hilfe, Unterstützung und wie gesagt, Schwertkönig kann das wunderbar riechen, Schwertkönigin übrigens ebenfalls auch, wenn da irgendwo in deiner Persönlichkeitsentwicklung ein Energiebaustein gerade so ein bisschen in die falsche Richtung driftet. Da riechen die. Ja, also hier ist wirklich jemand, der dir einen unglaublich guten Ratschlag geben kann und dementsprechend auch eben einen fundierten Rat geben kann. Der ist aber auch manchmal hart. Ja, der kann für außenstehende Menschen sehr hart sein. Die selbst nehmen das nicht als hart wahr. Ja, aber es ist richtig, weil mit Seifblasen und Brusteblumen kommst du in dem Fall nicht weiter. Ja, das ist eine sehr softe Energie und hier brauchst du einen Schubser. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die müssen dich pushen. Und das wirkt wirklich erstmal hart. Aber hart, aber herzlich, sag ich ja mal zu den Schwertern. Ist so. Ja, also Dienstag hier fundiert der Ratschlag Hilfe von oben in Anführungszeichen durch eine andere Person bezüglich deiner Wunscherfüllung. Was auch immer dein Wunsch sein mag. So, dann haben wir hier, oh, das Ast der Stäbe. Die Gelegenheit hat hier Potenzial. Hier ist auch schon der Neubeginn angezeigt. Hier kommt neue Kreativität rein. Hier kommt neue Energie rein. Hier ist die Ankunft von Inspiration. Hier ist Erleuchtung. Hier gehst du mutige Schritte nach vorn. Das heißt, du ergreifst auch die Initiative bezüglich schönen Momenten. Ja, neue Ideen und die Fähigkeit, alles zu manifestieren, geht hier mit dem Ast der Stäbe einher. Das ist eine Chance, die dir gereicht wird. Ein brennender Stab, beziehungsweise du brennst hier schon vor Leidenschaft. Und ja, hier hinter scheint die Sonne. Der Stab, der hat hier grüne Blätter. Das heißt, hier ist das Potenzial, ein neues, ja, etwas Neues in die Welt zu setzen. Und da fällst du als Schwertkönigin. Ja, ich brauche im Endeffekt nicht viel dazu sagen. Du bist unabhängig, klug, frei. Du hast die gleichen Attribute wie der Schwertkönig. Du hast auch eine große Weisheit in dir aus Freude und aus Leid. Du bist sehr anmutig, selbstbewusst. Du hast eine strenge Disziplin, die du gerne mal an den Tag legst. Und gerade im Hinblick auf die schönen Momente wird ja hier ein Feuer entfacht. Und da würde ich gerne noch mal eine weitere Karte drauflegen. Was ist denn hier auf den Kopf gefallen? Der Bube der Stäbe. Ja, ist schon so ein bisschen noch einschränkende Glaubenssätze, ja, noch so ein bisschen eine unruhige Energie, die sich hier zeigt, eine Unanschlossenheit und eine kleine Instabilität. Ich habe gerade so einen irren Impuls, als wenn dich hier ein schöner Moment so ein bisschen wusig macht. Du bist eigentlich hier voll auf Erfolgskurs getrimmt und Dinge anzupacken. So der Bube der Stäbe ist ja auch eine Energie, die halt für Angebote steht, für gute Nachrichten steht, für das Thema Flirten steht. Und wir haben ja hier den schönen Moment. Ist ja eine Einladung, eine Verabredung, kann auch direkt ein Date sein an dem Mittwoch. Das macht dich hier so ein bisschen konfus und sorgt für so eine unruhige Energie. Neuanfang mit Hindernissen. Irgendwas gesellt sich dir noch in den Weg. Liebes Universum. Ich meine, gut, das ist Mittwoch, ne? Bergfest Energie. Was gesellt sich denn da in den Weg? Die vier, wieder die vier. Die vier der Münzen. Erkenne, wie stabil du bist. Erkenne, was du für eine Sicherheit in dir hast. Erkenne, dass du dich gegen Veränderungen nicht widersetzen kannst. Und erkenne, dass du Erfolg hast. Akzeptiere deinen Wert. Begib dich in den Fluss des Universums. Halte nicht fest an etwas, aus Angst es verlieren zu können. Du kannst nichts verlieren. Wenn du Angst vor der Veränderung hast, Angst davor hast, etwas in deinem Leben zu verlieren, dann manifestierst du, das auch zu verlieren. Ich würde fast behaupten, der Bube der Stäbe ist wirklich etwas, was sich auf deinem Weg jetzt hier gesellt in der kommenden Woche. Was sehr schön ist, tatsächlich. Wie gesagt, es kann durchaus sein, wenn du ein Single bist und auf der Suche nach, beziehungsweise auf der Suche nach jemandem bist, aber schon bereit bist für eine neue Partnerschaft, dass hier ein potenzieller Kandidat eine Rolle spielt. Du aber Angst davor hast, jetzt dich mit der Thematik auseinanderzusetzen und vielleicht noch mit deiner persönlichen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen, dass du Angst hast, das nicht schaffen zu können. Doch, das kannst du. Erkenne deinen Wert, akzeptiere auch deinen Wert. Wir haben die fünfte Kelche. Ja, Verlustängste rausnehmen, Herzschmerz zulassen, Trauer zulassen. Es kann sein, dass hier für den einen oder anderen am Donnerstag ein bisschen Deep Talk ansteht. Ja, tiefe Gespräche. Genau, wenn es ihm darum geht, hier Ängste rauszunehmen, um gefestigte neue Entscheidungen treffen zu können. Das Rat des Schicksals. Was ist Schicksal? Ja, Schicksal ist ein Resultat unserer Entscheidungen. Und wenn du vorher schlechtere oder schlechte Entscheidungen getroffen hast und deswegen vielleicht auch ab und zu mal Schuldgefühle hattest, dir werden immer wieder diese Entscheidungen vor die Nase präsentiert. Ich habe das auch gestern in der Legung gesagt, wo es halt wirklich in dem Fall mal ein großes Ereignis gibt, was wirklich so eine Unentschlossene oder Unentschlossenheit wirklich spaltet und dich auf einen Weg knallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Energie, die schwingt halt hier jetzt so ein bisschen mit rein. Wie gesagt, Deep Talk, tiefe Gespräche führen, auch mit dem Umfeld. Und das Rat des Schicksals ist ja im Endeffekt auch der Aufstieg auf eine neue Lebensstufe deiner Lebensspirale. Ganz gleich, ob du das Thema nochmal durchgehst, um es dann zu lösen oder ob du jetzt gelöst hast und dementsprechend bereit bist für neue Aufgaben, die das Leben dir stellt. Denke mal dran, jede Aufgabe, die du in deinem Leben zu erledigen hast, die hast du dir selbst in deinem Seelenplan eingetragen. Du hast für dich gesagt, ich möchte das gerne lernen. Ich möchte es gerne lernen, in einen langfristigen Erfolg reinzugehen. Oder ich möchte gerne lernen, in eine langfristige Beziehung hineinzugehen. Ich möchte gerne lernen, mich nicht mehr auf irgendwelche unsicheren Menschen einzulassen. Ich möchte gerne lernen, mich selbst als wertvoll zu betrachten. Ganz gleich, was deine Aufgaben sind. Auf jedem Zyklus hast du ein oder zwei, vielleicht auch drei oder vier Aufgaben zu erledigen, je nachdem wie groß sie sind oder wie schnell du sie abarbeitest. Und da gilt es immer, Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben auch das Rat des Schicksals. Es geht um Wissen, es geht um Sicherheit, es geht um Wohlstand und es geht natürlich auch um Glück. Und Glück definieren wir ja immer als etwas, was uns positiv zugetan wird. Aber ihr kennt ja den Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, wenn du dich natürlich für den richtigen Weg entscheidest, der ohne Schuldgefühle einhergeht oder sonstiges zugleichen, dann siehst du auch Dinge, die sich auf deinem Weg begleiten oder die dich ereilen als Glück an. Andersrum triffst du Entscheidungen, die negativ sind, wo du vorher schon unsicher warst. Ist das der richtige Weg und hier und da und ist das der richtige Mensch oder ist das der richtige Job? Ja, dann wirst du da keine Erfüllung mit finden und sagst natürlich immer wieder, ich habe ja so Pech. Ja, warum läuft es im Job nicht? Warum läuft es in der Liebe nicht? Ja, ich bin vom Pech verfolgt. Nee, du bist einfach nur in einem Resultat deiner Entscheidungen. So, und jetzt darfst du ja am Donnerstag, wie gesagt, Herzschmerz loslassen, auch Verlustängste loslassen. Wie gesagt, Trauer vielleicht auch nochmal durchleben. Es kann ja durchaus sein, dass hier ein bisschen Bedauern eine Rolle spielt. Selbstmitleid, dieses Sohlen im Selbstmitleid ist auch mit den Fünf der Kälchen gekennzeichnet. Deswegen sag ich ja Deep Talk. Andersrum, wie gesagt, du hast hier jemanden an deiner Seite und vielleicht auch in deinem Umfeld. Und da kommen wir wieder mit den Mäusen ins Spiel, die vielleicht positiv nagen, wo es darum geht, jetzt eben eine positive Entscheidung für dein weiteres Vorangehen zu treffen. Aber in dem Moment, wo diese Energie rausgeht, sind ja hier die Zwei der Kälche. Und Zwei der Kälche ist nun mal auch die Karte der Anziehung, der Bindung, des Vertrages. Ja, und natürlich auch der Seelenpartnerschaft und das Klären von Gefühlen. Die sind ja da. Ja, diese drei alten Kälche, die brauchst du nicht mehr. Beziehungsweise diese fünf Kälche. Mach deine Fässchen leer. Ich weiß noch genau, manchmal kriege ich gerade so Flashbacks zu meiner Anfangszeit, da habe ich immer gesagt, mit den fünfter Kälchen machst du deine Fässchen leer. Ja, die du nicht mehr brauchst. Da sind alte Emotionen drin, da ist verdorbenes Wasser drin, so kann man es sagen. Diese Fässchen, die halten auch nichts mehr. Die haben Sprung in der Schüssel. Die sind absolut nicht mehr dicht. Und dann ist es Zeit, wirklich neue Kälche zu kreieren. Das ist mit Arbeit verbunden. Ja, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, alles neu macht der Mai. Und ich sage immer, alte oder auch alte Dinge, die für dich eine negative Energie haben, die dürfen auch gerne mal rausgeschmissen werden. Ja, ich bin in den letzten Wochen dabei, so ein bisschen meine Wohnung auszumisten und mal so alten Kletterdatsch rauszuschmeißen. Und da sind mir schon noch so ein paar Dinge in die Hand gefallen, wo ich gesagt habe oder wo ich festgestellt habe, scheiße, da hängen ja irgendwelche negativen Erinnerungen dran. So, und dann direkt weg, weg damit. Weg, raus in den Müll. Natürlich kann man sagen, ja, du kannst das ja auch räuchern. Und ja, aber du kannst eben einfach deine Erinnerungen nicht wegräuchern. Ja, und dementsprechend hast du da immer so ein bisschen negativen Aspekt mit drauf. Und da darf man Sachen auch mal rausschmeißen. Auch wenn sie noch gut sind, mistet aus. Im Innen wie im Außen. Fässchen leer machen. Ja, Rat der Schicksals kündigt hier einen Neuanfang. Grundsätzlich steht hier alles in der Woche schon wieder auf Neuanfang. Dann gucken wir mal auf die Mäuse. An was nagt es denn hier? Guck mal, du liegst hier als Stabkönigin drin. Also du bist Luft, du bist jetzt auch Feuer. Sehr souverän. Sehr im eigenen Vertrauen. Und da sind sogar zwei rausgefallen. Und zwar der Bube der Münzen und der Hierophant. Das mache ich hier schon wieder. Ach, egal. Bube der Münzen. Hier gibt es gute Nachrichten für dich. Natürlich für die einen oder anderen tendenziell eher zum Thema Einkommen. Ja. Aber es ist auch so diese Energie und gerade auch mit der Stabkönigin. Du bist bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Du bist bereit jetzt für Neues in deinem Leben. Und der Bube der Münzen sagt auch, du bist gut vorbereitet. Du bist gut trainiert. Du hast so eine Neugierde, aber auch gleichzeitig eine Ehrfurcht. Und hier gibt es neue geschäftliche beziehungsweise finanzielle Möglichkeiten, neue Karrierewege, neue Verbindungen. Ja. Neue Verbindungen können auch bedeuten, dass sich hier in partnerschaftlichen Angelegenheiten neue Verbindungen knüpfen können. Und dann haben wir den Hierophanten. Der passt ganz gut hier mit dieser Energie der Stabkönigin zusammen. Der Hierophant ist ja auch immer so nach der Suche, auf der Sinnsuche, Vertrauen. Der Hierophant steht aber auch für Liebe, für Schönheit, für Erdung, für eine langsame Energie. Für Erleuchtung, für Ausbildung, für neue Paradigmen, für die Suche nach der Wahrheit. Und gerade weil die Mäuse auch durchaus positiv sein können, kann es eben sein, dass sie genau an solchen Angelegenheiten nagen. Sie möchten hier alte Denkweisen, alte Verhaltensweisen rausnehmen, damit du... Weil hier heißt es wirklich bei beiden Energien Neues. Hier kommt Neues auf dich zu und gefühlt muss hier noch ein altes Band durchgenagt werden, weil neue Paradigmen möchten stattfinden. Neues Vertrauen, neue Souveränität, neue Wärme, neuer Mut, neue Entschlossenheit, ne, neues... Dein Instinkt soll wieder laufen. Da würde ich gerne nochmal eine weitere Karte rauflegen. Ja, ein Aha-Moment. Und auch das Schwert schneidet. Hier ist eine Erkenntnis drin, hier ist Klarheit drin. Mit dem Ast der Schwerter ist auch der Durchbruch drin. Von daher würde ich schon sagen, die Mäuse wirken hier positiv. Sie nagen an einem alten Seil. Ja, es kann auch manchmal, ich meine gut, wenn man so ein Seil spannt und es wird plötzlich durchgetrennt, kann es auch mal so eine kleine Schnelle geben. Schnelle Schelle geben. Ja, wenn man das jetzt mal metaphorisch betrachtet. Und das kann auch wirklich sein, dass hier so ein... Ja, so ein... Ich will nicht sagen, liebe Leute, passt auf, dass ihr nicht stolpert. Aber manchmal sind es ja auch so, dass die Ahnen uns so ein bisschen schubsen. Ja, in die richtige Richtung. Also, falls du hier am Freitag stolpern solltest, dann hat es einen Grund. Ja, dann bist du über dein Seil gestolpert. Dann ist es auch mal so ein kurzer Moment, weil ich glaube, jeder kennt es, wenn er mal stolpert. Ich stolper immer an einer Stelle hier in Husum. Und zwar, wenn ich zum Einkaufen gehe. Ich gehe selten. Ich muss sagen, ich bin fußfoul. Ich renne auf Arbeit so 20.000 bis 30.000 Schritte. In meiner Freizeit, wenn ich einkaufen gehe, fahre, dann fahre ich mit meinem Fahrrad. Das ist ja hier nur 500 Meter weiter. Aber ich bin halt einfach fußfaul im Privaten. Ist einfach so. Ja, also ich kann stundenlang mit Fahrrad und Inlineskates durch die Gegend laufen, fahren. Aber ich hasse es zu gehen, weil ich auch mal auf Arbeit so verlaufe. Aber wenn ich dann doch mal gehe, da ist ein so eine kleine, das sind so kleine Kantsteine gepflastert in so Ockertönen. Und da ist ein von diesen Kantsteinen, der ragt so ein bisschen raus. Und ohne Witz, jedes Mal, wenn ich da lanke gehe, stolper ich gefühlt über diesen Kantstein. Ich weiß, dass der da ist, aber ich stolper trotzdem jedes Mal drüber. Aber wenn du aber so wirklich am Freitag jetzt mal stolperst, dann sei dir bewusst, das ist vielleicht einfach auch diese Schelle, diese schnelle Schelle vom alten Seil, wo du rüber gestolpert bist. Beziehungsweise auch ein Hinweis von deinen Ahnen. Achtung, ja, du gehst jetzt über ein altes Seil, was du nicht mehr brauchst. Die Mäuse haben es durchgenagt. Ja, das liegt jetzt am Boden. Deswegen, da kann man halt auch mal rüber stolpern. Weil würdest du noch in der Luft hängen, würdest du es sehen. Beziehungsweise merken, weil es an dir zerrt. In dem Moment bist du aber frei, so könnte man es sagen. Und deswegen stolperst du. Ja, weil du auf einmal Leichtigkeit hast. Du hast nicht mehr dieses, diese schwere, diesen schweren Ballast, den du hinter dir her schleppst. Und dann machen die Mäuse, ja, das Schwert ebenfalls. Ja gut. Und, ihr wisst schon. Und dementsprechend gibt es so einen Satz nach vorne. So, genug Mundakrobatik hier. Also, Freitag sehr, sehr befreiende Energien hier. Und dementsprechend auch der Gang in Richtung Neuland möglich. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier am Samstag zu dir bekommen. Oh. Oh. Ja, zurück in deine eigene Energie hier mit dem Magier. Du schöpfst aus dem Vollen, du schöpfst aus dem Universum, ja. Ja, du hast hier die Energie des Mondes, du hast hier die Energie der Sonne, du hast alle Energien. Grundsätzlich der Magier-Luft-Element Merkur. Merkur geht um Kommunikation, also auch um persönliche Nachrichten. Das kann auch eben der Nachrichtenaustausch mit dir selbst sein. Und in der Numerologie steht die Eins einfach für Projektstart, ja. Für deine kreativen Bemühungen. Es geht darum, ja, Alpha, ne, dominant, ehrgeizig, originell zu sein. Die Eins, die beherrscht den Raum, nicht die Zeit. Das heißt, es geht auch nicht um den Zeitfaktor. Es geht aber darum, wie viel Raum du für dich einnimmst und für deine Projekte einnimmst. Und der Magier steht eben auch alles für beides, ja. Neue Beziehung, neuer Job. Steht aber auch für deinen Mut, für deine Fülle an Ressourcen, für deine Träume, für deine kräftigen Visionen, die du auch hast. Und dementsprechend die Kraft der Manifestation, die du nutzen kannst. Auch aufgrund deiner persönlichen und natürlichen Talente und Fähigkeiten, ja. Es ist auch deine Intention, die da mit reingeht. Dein Wirken, ja. Vielleicht auch auf andere. Und denke, das wird dir hier am Samstag bewusst werden. Und wir haben hier mit den sieben der Kelchen die Karte der Fantasie und Schwärmerei. Und ich würde es jetzt auch tatsächlich mal so sagen. Sondern ich würde jetzt wirklich auch sagen, wir haben jetzt nicht unbedingt diesen negativen Beigeschmack der sieben Kelche. Auch wenn sie richtig rumliegt. Ich würde einfach sagen, du hast viele Optionen, ja. Du wirst dich natürlich entscheiden müssen, welche Option du wählst. Gar keine Frage. Aber ich würde wirklich sagen, du hast hier aufgrund von Fantasie eine Erweiterung, auch eine emotionale Erweiterung. Und bist dadurch natürlich in der Lage jetzt, deine Optionen überhaupt zu sehen, ja. Was dir vorher nicht möglich war. Vorher hast du vielleicht bloß einen Weg gesehen. Und der eine Weg, der war eher so, ach ja, ist alles doof, ne. Es läuft nicht hier und da und tralala. Und jetzt kommt hier diese Energie rein von, du hast alles, was du benötigst, um vorwärts zu kommen. Ja. Genau. Hier ist auch die Notwendigkeit gekennzeichnet, dich vorwärts zu bewegen. Ja. Das heißt, es geht weiter. Dennoch ist es für mich in dem Moment auch mit dem Erkenntnisgewinn, ich glaube, ich leg da mal eine weitere Karte rauf, natürlich auch eine Energie, die erstmal so ein bisschen still steht. Und das ist auch in Ordnung. Die beiden stehen natürlich in der Situation auch still. Es geht also auch hier um Aktivierung, es geht um die Möglichkeiten, es geht um die Balance, es geht um das Zuhause, ne. Sechsen, Sechser sind ja auch, oder die Sechser steht ja auch für Lösungen, für Heilung, für Empathie. Das heißt auch Energieaufnahme des Gegenübers, genauso aber auch Energie rausteilen ans Gegenüber. Ja, gegenseitige Energieaufnahme. Das passiert auch beim Küssen und beim Sex und beim Umarmen. Ja, wir tauschen Energien aus. Und da wären wir wieder beim Anfang der Woche, wo es darum geht, wieder rauszukommen, wo es darum geht, wieder Energien auszutauschen. Ganz gleich in welcher Form, ganz gleich, ja, macht nichts, was ich nicht auch tun würde, würde ich jetzt an dieser Stelle sagen. Aber wenn du in die Dualität möchtest, im Außen, sei es beruflich oder auch liebestechnisch, dann musst du auch quasi wieder ins Außen gehen. Jetzt habe ich gerade die 33, 33 drauf gehabt. Ja, Anfänge, neue Energien. Die Liebenden sind ja nicht nur, ist ja nicht nur die Liebe. Natürlich ist es auch die Liebe, sondern es geht auch um die Herzensentscheidungen. Ja, es geht um die Harmonie. Es geht um Transformation der Liebe. Es geht um das Vertrauen ins eigene Herz. Die erlauben, dich zu verlieben. Es geht auch um die Sehnsucht. Ja, wenn deine Sehnsucht Liebe ist, dann geht das auch nur, wenn du dich öffnest, wenn du rausgehst. Und natürlich heißt es hier für den einen oder anderen, weil wir ja hier auch schon das Potenzial, also grundsätzlich das Potenzial haben, hier viele Begegnungen zu tätigen. Ich würde sagen, der ein oder andere, für den diese Wochenbotschaft im Ganzen passt, der ist wirklich in der kommenden Woche viel draußen, viel Untermenschen, Nebenmenschen, whatever. Und wir sind ja erwachsen hier und hat viel mit Menschen zu tun. Und ich würde sagen, so viel mit Menschen zu tun, wie du vorher noch nicht mit Menschen zu tun hast oder lange nicht mehr mit Menschen zu tun hattest. Und dann kannst du wirklich so ein bisschen deine Sozialangst auch lösen über die Woche. Die Liebenden ist aber auch ganz klassisch die magische Vereinigung, ja, die Seelenpartner, die gesunde Partnerschaft, ja, und einfach auch die Liebe, Liebe, ja, sich verlieben, sich erlauben zu verlieben. Das ist eine Entscheidung, die man trifft in dem Moment. Und die kommt nicht aus dem Kopf heraus, sondern die passiert einfach. Man verliebt sich einfach, ohne groß darüber nachzudenken und sich zu sagen, ich verliebe mich jetzt. Ja, sondern es macht einfach klack und dann ist sie da. Liebe passiert einfach, ja. Genau in dem Moment, wo es halt passieren soll. Für diejenigen, die schon in einer Partnerschaft sind, kann das hier der Schlüsselmoment sein, aufgrund dessen auch, dass du dein Wirken, dein Wirken auch auf andere erkennst und vice versa natürlich, dass dann eben hier diese gesunde Partnerschaft und die Liebe eine Bewandtnis hat. Für die anderen, die noch in keiner Partnerschaft sind, kann es dann sein, dass hier der Entschluss getroffen wird, dich eben zu, dir zu gestatten, dich zu verlieben. Ja, und wie da für andere heißt es hier, Herzensentscheidungen für Job zum Beispiel. Ja, ganz gleich, ob du dich mit dem Herzen für einen neuen Job oder für die Liebe entscheidest. Völlig egal, aber das ist hier ein Erkenntnisgewinn. Du erkennst deine Optionen und wirst quasi so ein bisschen nach vorne gedrängt, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Ja, und damit gucken wir jetzt auf den Sonntag, wo der Baum einen Schatten auf die Lupe macht, damit man sich selbst nicht länger verbrennt. Wie passend ist das denn bitte, ihr Lieben? Die Acht der Schwerter auf dem Kopf ist das Loslösen von Hemmungen, von Blockaden, von negativen Glaubenssätzen, von Zwängen, ja, über die Angst hinausgehen, klare Gedanken, dir selbst wieder vertrauen, mutig sein. Und klare Gedanken schafft man, indem man einen unklaren Gedanken, an dem man sich lange aufgehalten hat, endlich rausnimmt. Also diese Lupe ist absolut irrelevant jetzt für dich. Und das erkennst du. Ja, dieses eine kleine Ding, womit du dich immer wieder selber massakriert hast. Dieser negative Glaubenssatz, negative Gedanke oder vielleicht sogar mehrere negative Gedanken. Und wir haben die drei der Münzen. Jetzt ist hier die Gelegenheit auf Teamwork, auf Ausbildung, auf, ja, natürlich, für viele ist es auch jetzt beruflicher Natur, wo es eben darum geht, eine durchdachte Planung zu haben, umzusetzen, das Zusammenkommen der Elemente zwischen deinen Ressourcen, deinen Talenten, deinen Fähigkeiten und eben auch beruflich zusammenzuarbeiten. Und auch da hätten wir wieder das Thema mit Sozialangst. Aus dir heraus gehen. Weil in dem Moment, wo du aus dir heraus kommst, kannst du natürlich auch zeigen, was kannst du. Ja, bist du hier wunderbar drin, Gesichter zu malen? Bist du eher so derjenige, der wunderbar hier den Background malen kann? Oder bist du hier auf Körperform spezialisiert? In dem Moment, wo du aus dir heraus kommst, öffnest du dich mit deinen Talenten, deinen Ressourcen für andere Menschen und kannst dich dementsprechend auch in die Gemeinschaft einbringen. Ja. Du hast lange genug hier auf deine negativen Aspekte geschaut. Das ist so ein bisschen diese Energie von dieser so ewige Suche nach Heilung. Ja. Heilung passiert einfach so. Das ist wie die Liebe. Sie passiert einfach. Ja. Die Liebe triggert. Und ganz gleich, meistens sind es ja emotionale Wunden. und die dann bei uns im Krönchen dafür sorgen, dass wir hier uns einschränken. Ja, dass wir uns, dass wir dicht machen, dass wir nichts Positives mehr raussenden können, aber auch nichts Positives empfangen können. Und jetzt ist dein Krönchen hier, ich würde sagen, wenn man, ich habe den Baum ja so ein bisschen, es ist ja nun mal das Galaxy Lennemann. Und wir haben hier so ein bisschen Blüten dran, wir haben hier aber auch ein bisschen das Kahle, weil der Baum steht ja auch für die Jahreszeiten. Und der Baum ist ja individuell. Der kann für den Frühling stehen, für den Sommer, für den Herbst, für den Winter stehen. Und jetzt haben wir hier aber ein bisschen Frühling, würde ich mal fast sagen, drin. Und dieses bisschen Frühling reicht aus, um letztendlich hier einen Schatten zu spenden, damit die Lupe nicht mehr brennen kann. Und dieses bisschen Frühling reicht aus, um letztendlich für positive neue Dinge zu sorgen. Und so ist es halt auch, wenn du anfängst, mit anderen Menschen zu agieren. Ja, wieder in dich Selbstvertrauen reinsetzt, aber auch anfängst, anderen Menschen wieder zu vertrauen und festzustellen, okay, Teamwork makes the dream work. Ganz gleich, worum es geht. Und in dem Moment, wo du mit anderen Menschen als Team arbeitest, und das kann man natürlich auch durchaus auf das Private beziehen, also miteinander agieren, weil eine Beziehung ist auch Arbeit. Und man muss miteinander arbeiten. Ja, wenn einer sich zurückhält und der andere alles machen muss, dann ist das keine Beziehung. Weil es ist das Geben und Nehmen, was in Partnerschaften ganz gleich, in welchen Verbindungen man das schaut. Das Geben und Nehmen sorgt auf beiden Seiten für Entspannung und nimmt einfach Stress raus. Und hier wird gegeben, hier wird aber auch bekommen. Ja, und zusammen ergibt es hier ein Gesamtkonstrukt. Ich würde sagen, ich habe fertig. Ich finde das eine sehr, 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 sehr schöne Wochenenergie und wünsche euch an dieser Stelle natürlich auch einen schönen Start in die neue Woche, ganz gleich, was euer Thema ist. Und wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen, spätestens bei der nächsten Legung. Ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen, ein Herz von mir. Hinterlasst mir gerne ein Herz in die Kommis, wenn euch die Legung gefallen hat. Und wie gesagt, schaut gerne am Ende der Woche nochmal vorbei und dann könnt ihr da reinschreiben, an welchem Tag oder ob ihr euch irgendwie so in dieser Energie wiedergefunden habt. Würde ich mich, was ist mit meiner Stimme los hier, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und hilf mir an meinem Kanal ungemein. Ich sage auch schon mal Dankeschön an alle neuen Seelen, die dazu gekommen sind. Herzlich willkommen hier in der Irrenanstalt. So nenne ich es immer, wenn ich bei TikTok live bin. Weil wir alle so ein bisschen irre sind, alle so ein bisschen verrückt sind. Und ja, das ist einfach das Schöne auch an der Vielfalt. Worauf ich nochmal hinweisen möchte, ich möchte hier keine beleidigenden Kommentare auf meinem Kanal sehen. Ich musste, ich habe letztens schon jemanden ausgeblendet, der ist scheinbar mit einem neuen Profil wiedergekommen und hat seine Ex-Freundin unglaublich beleidigt. Ich verbiete solche Kommentare, die werden von mir auch gelöscht. Ja, ich möchte nicht so etwas Respektloses hier auf meinem Kanal sehen. Das ist auch ganz wichtig. Jeder kann mal frustriert sein, aber jemanden so dermaßen voller Hass runterzumachen, das geht nicht. Ja, also ich bin hier auch kein Mülleimer. Aber wenn jemand so voller, mir fehlen tatsächlich ein bisschen dafür die Worte, so voller Hass ist, der sollte wirklich darüber nachdenken, ob mit ihm etwas nicht richtig ist. Bin ich auch ganz ehrlich. Auch wenn du dir nochmal ein neues Profil machst und nochmal kommentierst, ich werde dich immer wieder ausblenden. Leider kann man auf YouTube keine Personen blocken, man kann sie nur ausblenden. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich, aber sowas gehört normalerweise geblockt. Also komplett gesperrt, weil funktioniert einfach nicht. Ja, das nochmal als kleine Randbemerkung, das ist mir ganz wichtig. Respekt ist wichtig. Ja, und wenn du so respektlos schreibst, dann kann ich auch vor dir keinen Respekt haben. Dann wünsche ich dir erst recht, dass da nichts Gutes bei rauskommt, obwohl das jetzt ein bisschen hart klingt, aber du verdienst es einfach nicht. Mit so einer Ansicht über eine Person, ganz gleich, was diese Person getan hat, so lange nicht in eine gescheite Verbindung hineinzugehen, bis du es verstanden hast, worum es eigentlich geht. Und Hass und Beleidigung ist definitiv kein Lösungsweg, um irgendwelche Trennungen rauszunehmen oder zu verarbeiten. Absolut nicht. Weil solange du jemanden hast, wirst du auch nicht glücklich werden, weil solange trägst du Gräuel in dir. Und wenn man so tief, abgrundtief hast, dann denke ich mir immer, da muss auch ein eigener, muss irgendwas selbst auch schiefgelaufen sein. Das dazu. Ich mache jetzt Feierabend und würde sagen, bis zur nächsten Legung, ihr Lieben. Und schon wieder, 44, 44 Minuten, jetzt reicht es ja aber auch. Macht es gut, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt aus der Ferne und bis bald.